hallo lieber awo sportfreunde ich zeige euch heute hier einmal ein paar bilder von einem schnittmotor mit getriebe allem drum und dran seht euch einfach die bilder an wenn ihr etwas genauer sehen möchtet drückt einfach die pause taste und zoomt es euch heran viel spaß dabei so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020